Der Vorzug des Segensspruchs für den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Er, der Prophet, Friede und Segen sein, auf ihm sagte, Wer für mich einen Segenswunsch spricht, so spricht Allah für ihn zehn. Der Prophet, Friede und Segen sein, auf ihm sagte, Macht mein Grab nicht zu einem Ort der Festlichkeit für euch. Und betet, sprecht Segen für mich, denn euer Segen erreicht mich, wo immer ihr seid. Der Prophet, Friede und Segen sein, auf ihm sagte, Der Geizige ist jener, der, wenn ich bei ihm erwähnt wurde, nicht für mich betet, Segen spricht. Der Prophet, Friede und Segen sein, auf ihm sagte, Allah hat Engel, die auf der Erde umherziehen und mir die Friedensgrüße meiner Gemeinde überbringen. Und er sagte, sallallahu alayhi wa sallam, Der Prophet, Friede und Segen, auf ihm sagte, Wenn jemand von euch mich grüßt, bringt Allah meine Seele zu mir zurück, um ihm den Gruß zu erwidern. Dann. Amen. Amen. Amen.